Ich habe es tatsächlich getan. Es ist zwar ein Tag vor Weihnachten, wahrscheinlich war es nicht die schlauste Idee, aber jetzt war ein Termin frei. Ihr werdet wahrscheinlich alle eure eigene Meinung dazu haben und das ist auch vollkommen okay. Ich habe mich auf jeden Fall dafür entschieden und deswegen möchte ich euch kurz was zeigen, weil das habt ihr safe alle nicht. Deswegen, let me show you. Ach so, by the way, ich habe gerade meine Booster-Impfung bekommen. Aber Leute, seid ihr ready? Ich habe ein Tabaluka-Pflaster. Ich habe ein Tabaluka-Pflaster bekommen. Es ist zwar falsch rum, aber ich habe ein Tabaluka-Pflaster.